Also ich bin jetzt irgendwo im serbischen Niemandsland an der rumänischen Grenze vor Ram. Es zipft mich grad voll an, alles miteinander. Es ist Gegenwind mal das kleinste Problem. Es ist so, dass ich mich grad verfahren bin, weil die Wegweiser und das Kartenmaterial einfach alles miteinander nicht zusammen stimmt. Ich wahrscheinlich auch nicht den besten Tag hab und die Sache einfach grad beschissen ist. Und es gibt keine gescheiten Ortsschilder, man weiß eigentlich überhaupt nicht, wo man grad ist. Da hilft einem auch mein iPad mit dem GPS nicht weiter, weil da das Kartenmaterial auch einfach vollkommen unzureichend ist und nicht in das Detail geht, wo ich eigentlich hoffe, herumzufahren. Bis zu dem hin, dass ich vom Müllkindern irgendwie schon bedrängt wurde vorhin. Und das ist auch nicht wirklich eine angenehme Situation, weil ich mir jetzt echt überlege, ein bisschen die Sicherheitsvariante zu gehen. Jetzt schauen wir mal. Hoffentlich kommen wir jetzt mit der Straße in den gewünschten Ort Klitschowatz oder wie auch immer man den ausspricht. Das ist mir auch scheißegal. Mal schauen. Mein Tagesziel-Rahmen werde ich Minimum erreichen. Es geht schon noch. Es ist erst halb drei. Aber es gibt auch stinkige Situationen und genau die haben wir jetzt.